Ich glaube, ich muss mir ein neues Hobby suchen. So in einem Spurteam? Ja, ich würde mega gerne einen Teamsport spielen. Ja, du kennst doch Warriors. Ja voll, ich habe ja schon Teamware, ich fühle das Team voll. Ey, am nächsten Wochenende ist ein Fall Pro bei Tanning. Kannst du mal schauen, ob du es geil findest? Ja, ich kann mir eh schon überlegt offen beigauen. Ja voll, mach das. Ey Bro, das ist mein Bus. Also tschau Bro, heb's gut. Ja. 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 Ey, wie war das Pro bei Tanning bei den Warriors? Ey, mega cool. Ich kann mir echt vorstellen, dass wir spielen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher wegen Verletzungsrisiko. Ey, geh am Wochenende zu 16 Spielen schauen. Kannst du mal schauen, wie es am Spiel ist und so. Ja, warte schnell. Ich schaue, ob ich dann Zeit habe. Am Wochenende? Ja voll. Ja voll, dann hätte ich Zeit. Wollen wir zusammen gehen? Ja fix, ich bin mit. Fix? D-X. � ist dein Sex. Puff! Musik Jens, konsei! Jens, konsei! Musik M�� Musik verified Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war ein tolles Spiel am Wochenende. Ja wirklich, ich freue mich auf mein erstes Spiel. Bist du jetzt offiziell im Team? Ja voll, wir haben nächste Woche ein Trainingscamp. Ah, so viel Vorbereitung auf die Season? Ja voll, aber wir haben auch ein Scrimmage und vielleicht sogar ein Freundschaftsspiel. Ah, dann schauen wir uns an welche Places funktionieren. Ja genau und welche Ausstellungen. Soblesse Stellung wurde. Soblesse Stellung wurde. Soblesse Stellung wurde. Ja genau. Das war es so, was wir haben. Das war, wenn wir mit einer Weich-Klamour sind. Und die ganze Zeit lang kommt in den Schirm. oder nehmen wir mit einer Weich-Klamour days lang. Dann dalej. Wir machen uns, wenn wir uns mit Spanieren. Ja, wir machen uns mit einer Weich-Klamour. Musik Ey, haben wir jetzt schon das Scrimmage? Ja, voll. Es ist eine mega lustige Spiel. Schon? Ja. Sind wir gut vorbereitet? Ich würde schon sagen, es hat schon gut ausgesiehen. Aber warten wir erstmal auf das erste Saisonspiel, weil man sollte sich nie zu viel Hoffnungen machen. Sowieso. Haben wir dann noch das Ladies Team vom Flag Footballerspiel? Ja, voll. Die haben das Wochenende da auf dem Hauptfeld Playoffs. Oh, geil! Lass uns schauen. Ja, sowieso. Sowieso. Ja, sowieso. Nah, sowieso. Kurz. . Alles открыt. Ja, sowieso. DIE Bis zum nächsten Mal. Wir haben am 7. Mai Heimspiel auf der Schützenwiese im FC Winterstadion, das wird richtig krass. Alter, sogar dort? Gegen wen? Gegen Zürich. Oh, gegen Zürich? Ja, dann muss ich schauen. Ja, du musst. Kannst du nicht verpassen. Oh, gegen mutual. Mitten! 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 Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020